Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7194. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Eine Flugbegleiterin empfängt die Passagiere an Bord und erklärt ihnen die Sicherheitsbestimmungen. Eine Flugbegleiterin empfängt die Passagiere an Bord und erklärt ihnen die Sicherheitsbestimmungen. Ich langweile mich. Ich habe nichts zu tun. Ich langweile mich. Ich habe nichts zu tun. Ich langweile mich. Ich habe nichts zu tun. Ich arbeite auch, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze. Ich bin immer online. Ich arbeite auch, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze. Ich bin immer online. Bisher hat noch kein Fisch angebissen. Bisher hat noch kein Fisch angebissen. Bisher hat noch kein Fisch angebissen. Kinder lieben Apfelmus mit Zimt. Es ist süß und schmeckt lecker. Kinder lieben Apfelmus mit Zimt. Es ist süß und schmeckt lecker. Kinder lieben Apfelmus mit Zimt. Es ist süß und schmeckt lecker. Kurz vor dem Bezahlen habe ich Blickkontakt mit einer Freundin, die am Kaffee vorbeigeht. Kurz vor dem Bezahlen habe ich Blickkontakt mit einer Freundin, die am Kaffee vorbeigeht. Ein Reporter ist ein Journalist, der aktuelle Ereignisse recherchiert und darüber berichtet. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.